Schau ich hinein in unsere Welt, ist mir die Lebensfreude vergelt. Dann bin ich wahrlich in der Nacht um den gesunden Schlaf gebracht. Klimakrise, Umweltfragen, Zukunft sorgen uns recht plagen. Aller Humanität zum Hohn. Spricht man vom Krieg mit Atom? Wird die Welt noch lang bestehen? Werden wir bald untergehen? Was hat der Mensch mit seiner Macht nur aus Gottes Schöpfung gemacht? O Menschheit, mach dein Herz bereit, zur Umkehr ist noch immer Zeit. Die Schöpfung ist noch nicht am Ende, wenn der Mensch sich nicht verrennt. Nicht durch die Welt läuft wie gestört, sondern Gottes Stimme hört. Die Lage der Kirche, sie ist arg. Doch ruht sie noch nicht im Sarg, ist ihr Kreislauf auch recht schwach. Stöhnen viele nur noch, ach, so sag ich und drauf ich wett, nichts Schlechts, was nicht was Gutes hätt. Wir müssen nun, dies ist kein Witz, aufwenden unser aller Krips, bedenken, wozu von Jesus Christ die Kirche gegründet worden ist. Für das liebe viele Geld, das meinen viele auf der Welt. Für bürokratische Institutionen, dafür gibt es keinen Gotteslohn. Nein, das kann es wohl nicht sein. Drum schenke reinen Wein ich ein und rede nicht um den Brei herum. Es ist das Evangelium. Die frohe Botschaft lautet kurz und flott. Der Liebenamen lautet Gott. Er liebt wirklich alle gleich, kein Unterschied im Himmelreich. Willkommen ist ihm jeder Mann, der von Herzen lieben kann. Er tut uns durch die Krise kund. Ich sag's für ihn aus vollem Mund. Ich bin die Liebe, bin das Leben. Wer glaubt, dem werde ich alles geben. So liegt am Ende in der Krise doch für die Kirche eine Chance noch. Und lasst uns diese doch ergreifen, dann gute Früchte in ihr reifen. Ein neuer Frühling zöger ein, Wachstum gäbs und gut gedeihen. Eines muss ich noch monieren, wie wir beim Arbeitskräftemangel operieren. Wir holen Leute uns aus dem Osten, die in Summa nicht viel kosten, schließen so mit List und Tücke die Arbeitskräftemangelücke. Wir reißen sie aber aus der Heimat raus. Natürlich fehlen sie zu Haus. Doch wir meinen, wie bestellt, wir lösen alles leicht mit Geld. So funktioniert nicht ethisch Handeln. Das ist kapitalistisch Wandeln. Zu Lasten wiederum der Armen. Wer soll sich derer dann erbarmen? Wer soll sie pflegen dann im Alter? Wer ist am Ende ihr Sachverwalter? Würden wir seit 30 Jahren nicht an Familie Kinder sparen, wären die Familien gesund. Kinder wären kein Armutsgrund. Kinder sind doch unsere Freude und nicht einfach laute Meute. Wo sie spielen, tanzen, singen, lässt sich Zukunft auch gewinnen. Drum Familie hochgehisst. Wir geben Geld für so viel Mist. Zeit ist das Blatt nun mir zu wenden. Politik, es liegt in deinen Händen. Statt für teure Haselmausbrücken, sollten das Geld wir für Familien zücken. Es ist wieder mal sehr viel passiert, was sich soeben persifliert. Man könnte bei all den vielen Fragen kapitulieren. Ja, verzagen. Drum rate ich, lasst euch den Glauben von keinem Menschen jemals rauben. Der Glaube ist unser fester Grund. Hält unsere Seele jung, gesund. Und lässt uns durch diese rauen Zeiten wohlbehütet sicher schreiten. Bis einst uns Petrus ruft hervor. Und wir stehen am Himmelstor. Wenn er dann sagt, Geweider tritt ein, dürfen wir uns ehrlich freuen. Das wird ein Fest. Gar wunderschön, wenn im Himmel wir uns wiedersehen. Heiden dirigiert den Himmelschor. Der Domchor singt uns Mozart vor. Die Minis, es wird niemand schaden, hüllen uns in Nebelschwaden. Der Kollektenkorb, der wird vergammeln. Der Messner, der muss nicht mehr sammeln. Ja, ihr dürft den Ohren trauen. Wir werden Gottes Antlitz schauen. Dann ist der Herr uns alle nah. In Ewigkeit. Halleluja. 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 Halleluja.